Die Fans von Borussia Mönchengladbach sind voller Sorge und freuen sich auf gute Nachrichten und einen Hauch von Erleichterung angesichts der Herausforderungen, die die Saison mit sich gebracht hat. Da am kommenden Sonntag das entscheidende Duell gegen Union Berlin bevorsteht, richten sich die Erwartungen auf die Rückkehr von Menjou Kone, dessen Anwesenheit auf dem Feld eine entscheidende Wende für die Mannschaft bedeuten könnte. Die Saison war für Vohls eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle, mit einer Reihe von Herausforderungen, die die Belastbarkeit und Tiefe der Besetzung auf die Probe stellten. Verletzungen plagten die Mannschaft, machten Schlüsselspieler wie Julian Weigel, Florian Neuhaus und Christoph Kramer außer Gefecht und führten zu erheblichen Lücken in der Startelf. Es gibt jedoch ein Licht am Ende des Tunnels und es heißt Menjou Kone. Nach einer verletzungsbedingten Pause kehrte der junge Mittelfeldspieler zum Training mit dem Rest der Mannschaft zurück und brachte eine Aura des Optimismus und der Erneuerung mit. Trainer Gerardo Sioane verbirgt seine Begeisterung über Kones Rückkehr nicht und erkennt die Bedeutung des Spielers für die Pläne der Borussia an. Bei Kones Rückkehr geht es nicht nur darum, das Team für die nächste Herausforderung zu stärken. Ihre Anwesenheit auf dem Spielfeld kann weitreichende Auswirkungen haben, die über die unmittelbaren Ergebnisse von Spielen hinausgehen. Während die Spekulationen über einen möglichen Sommertransfer des Spielers brodeln, könnte eine bemerkenswerte Leistung in den letzten Spielen der Saison nicht nur die Moral der Mannschaft steigern, sondern auch Kones Marktwert deutlich steigern, was ihn zu einem noch wertvolleren Aktivposten für den Verein Borussia macht. Für die Borussia-Fans bedeutet die Rückkehr von Menjou Kone nicht nur die Rückkehr eines Talents auf das Feld, sondern auch einen Schuss Hoffnung und Zuversicht in einem entscheidenden Moment der Saison. Die Vorfreude ist spürbar und die Meinungen darüber, welchen Einfluss Kone auf die verbleibenden Spiele haben kann, gehen auseinander. Aber im Grunde haben alle die gleiche Hoffnung, dass die Rückkehr des Mittelfeldspielers den nötigen Anstoß geben wird, um Borussia Mönchengladbach zu noch größeren Höhen zu führen. Und Sie, leidenschaftlicher Fan, wie sehen Sie die Rückkehr von Menjou Kone und was erwarten Sie von ihm in den verbleibenden Spielen der Saison?